Meine Lieben, ich bin hier im PropSky-Garten inmitten meiner spärlichen Blumenpracht. Und Mohnblumen und so weiter, Stockrosen sind da und anderes auch. Und mittendrin befinden sich hier Pfingstrosen, die ich hier so ein bisschen beträufle mit dem kühlen Nass. Und diese Pfingstrose ist eine späte Sorte, die jetzt erst aufgeht. Die Pfingstrose wird passend blühend in diesem Jahr hier zum Pfingstfest, was wir jetzt begehen. Und dieses Fest beendet die österliche Zeit. Pentecostos, sagen die Fachleute, damit endet diese Festlichkeit der Auferstehung unseres Herrn. Und der Hintergrund ist, dass aus einem alten jüdischen Erntedankfest das Geburtstagsfest der Kirche erwachsen ist, Warum? Weil nämlich der Heilige Geist die Gabe Gottes für die Menschen, weil Christus ja wieder zum Vater in den Himmel heimgekehrt ist, dass dieser Heilige Geist Lebensprinzip der Kirche ist. Also vieles, was die Kirche am Leben hält, was Atem der Kirche ist, was der Blutkreislauf der Kirche ist, also die Liebe letztlich, so sollte es sein, das wissen wir, all das wird zu Pfingsten in den Blick genommen. Die rote Farbe, das Bekennertum, das Märtyrertum, all das kommt hinein. Und die Kirche braucht auch zuweilen das Wasser, wie die Blumen das hier auch brauchen. Das ist die gute Nahrung, damit die Kirche ihre Leuchtkraft vielleicht wieder gewinnt in unserem Land. Und damit sie zum Ausdruck bringt, wozu sie da ist. Sie ist ja Sendungsmacht auch für den Herrn. Wir werden uns am kommenden Pfingstsonntag wieder um 11 Uhr in der Propsteikirche sehen können und die Heilige Messe mitverfolgen, mit kleinen Gedanken zum Pfingstfest, einigen Anregungen. Und ich freue mich sehr, dass auch unser Blasorchester in Brilon uns zur Verfügung steht und die Heilige Messe entsprechend auch mit Tönen zur Würzen weiß. Allen ein frohes und gesegnetes Pfingstfest. Alles Gute und entsprechend Kühlung in der Hitze. Auch das ist ein Bild des Heiligen Geistes. Alles Gute. Vielen Dank.